Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute mal nicht im Büro, sondern unterwegs zum NAVIC-Symposium. Das NAVIC ist das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation. Und da laufe ich gerade hin und bin gespannt, was mich dort erwartet. Bis nachher. So, ich bin drin. Ich habe mein Registrierungsschildchen abgeholt. Hier steht mein Name drauf. Hinter mir seht ihr auch schon das Thema des Symposiums. Mehr als Fakten. Sieht ganz hübsch aus bis jetzt. Ich bin gespannt, was das Programm bringt. Ich habe mich für zwei Workshops angemeldet. Nämlich den Social Media Workshop vom Umgang mit der Online-Meute. Also, wie man mit Kommentaren unter diesem Video zum Beispiel umgeht. Oder untergeht, das wäre natürlich schlecht. Und der zweite Workshop ist das Mobile Reporting. Genau das, was ich hier mache. Videos mit dem Smartphone unterwegs. Ich bin gespannt. Mehr dazu später. So, der erste Workshop zum Thema Social Media ist vorbei. Und es ging tatsächlich darum, dass man unheimlich gut aufpassen muss, mit wem man sich anlegt, wenn man irgendwelche Kommentare vor sich hat. Ich hoffe mal, dass es mich in erster Linie noch nicht so betrifft, dass ich Hasskommentare oder sowas abbekomme. Aber alles in allem glaube ich schon, dass man gut recherchieren muss, bevor man auf Kommentare, die irgendwie angreifend sind, antworten kann oder sollte. Und ich werde mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und dann schauen wir mal, ob ich in Zukunft solche Kommentare bekomme. Ich hoffe es natürlich nicht. Ansonsten, wenn euch was gefällt, was ich hier mache, dürft ihr das natürlich gerne kommentieren. So, das Navi-Symposium ist vorbei. Und ich habe heute viel gelernt, worauf es ankommt, wenn man sich in sozialen Netzwerken bewegt, wenn man Videos macht mit mobilen Endgeräten, die man in soziale Netzwerke lädt. Und genau das ist ja das, was ich mache. Deshalb fand ich, das war ein sehr gelungener Tag. Ich habe viel mitnehmen können und mehr davon demnächst. Bis dann. Bis dann. Bis dann.